August Klaas fuhr nicht mit einem Mercedes, sondern mit einem soliden VW oder mit dem Fahrrad jeden Tag zu seinem Werk über unsere neue Straße, die später in August Klaas Straße umbenannt wurde. Musik 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 Ich hatte das Glück seiner Zeit 1953 in die Lehre bei der Firma Klaas einzusteigen und konnte so bis zum Jahre 2001, also 48 Jahre, Lebensjahre in dieser Firma zubringen. Ich hatte nur jeden Tag einen Weg von ca. 1 km mit dem Fahrrad zurückzulegen, um zur Fährbar zu gelangen. Also besser konnte ich es nie bekommen. Und so wie viele Mitarbeiter ebenso, sind wir der Firma zu Dank verpflichtet. Musik